Wir haben euch dieses Jahr bereits mehrere Innovationen vorgestellt. Die neue Propellermaschine TT10, die neue TL-Lanzenserie und die komplett überarbeitete Steuerungssoftware ATAS Pro. Aber das war noch nicht alles. Wir haben noch eine große Neuigkeit, welche wir euch heute präsentieren wollen. Unsere neue Snowfactory. Das wichtigste für jedes Skigebiet ist die Planungssicherheit. Mit der Snowfactory garantieren wir Ihnen bereits seit mehreren Jahren jeden gewünschten Saisonstart. Und diese Maschine ist nun noch besser geworden. Also, was ist jetzt eigentlich neu? Nun, um ehrlich zu sein, fast alles. Zum einen offensichtlich das Design. Die grossen Änderungen finden wir aber in der Maschine. Das bedeutet eine hohe Arbeitssicherheit und eine klare Arbeitserleichterung. Aber genug geredet. Zeit, auch etwas zu zeigen. Musik 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 Die spezielle Schneekonsistenz sorgt dafür, dass der Schnee nur sehr langsam schmilzt. Auch nach Bearbeitung mit dem Pistengerät bleibt das Volumen erhalten. Man bekommt den bewährten TechnoAlpine-Qualitätsstandard und das auch noch überall. Denn über unterirdische Rohre kann der Schnee über hunderte Meter weit im Skigebiet verteilt werden. Wenn Sie nun weitere Informationen haben möchten, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Denn mit den neuen Snowfactory-Modellen ist der Winter noch besser plan baut. Musik 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 Vielen Dank.